Jerry Lewis' Trauriges und Einsames Leben Der legendäre Komiker Jerry Lewis erreichte in seiner Karriere viele Erfolge, bevor er 2017 im Alter von 91 Jahren verstarb. Leider spiegelte sich dieser immense Erfolg auf der Leinwand und Bühne nicht in seinem persönlichen Leben wider. Begleiten Sie uns, während wir einen Blick auf Jerry Lewis' Trauriges und Einsames Leben werfen. Jerry Lewis wurde am 16. März 1926 in Newark in New Jersey geboren. Sein Vater war ein Wortwildkünstler und seine Mutter eine Pianistin. Der junge Jerry begleitete sie oft bei ihren Auftritten. Allerdings waren seine Eltern oft auf Tournee und ließen Jerry allein bei anderen Verwandten zurück. Dadurch hatte Jerry eine sehr einsame Kindheit. Berüchtigterweise sollen seine Eltern seine Bar Mitzvah verpasst haben, was einen verheerenden Einfluss auf Jerrys Psyche hatte. Der Mangel an starken elterlichem Einfluss führte auch dazu, dass Jerry bereits in jungen Jahren abweichendes Verhalten zeigte. Der Komiker behauptete, dass er seine Jungfräulichkeit im Alter von nur 12 Jahren an eine Burlesque-Tänzerin verloren habe. Der junge Jerry genoss den darstellerischen Aspekt der Burlesque-Clubs. Mit 15 Jahren brach Jerry die Highschool ab und trat in Comedy-Clubs in der Umgebung auf. 1946 lernte Jerry Dean Martin kennen. Die beiden verstanden sich sofort und begann als komisches Duo aufzutreten. Dean spielte den ernsten Part, während Jerry herumalberte. Gemeinsam hinterließen die beiden einen großen Eindruck beim Publikum in ganz New York City. Schließlich gelangten sie auch ins Filmgeschäft. Über einen Zeitraum von sieben Jahren drehten Jerry und Dean gemeinsam 16 Filme. Ihr erster gemeinsamer Film war Mein Freund Harvey vom Jahre 1949. Und ihr letzter war Das Ekel von Hollywood vom Jahre 1956. Während ihrer Zeit als komisches Duo stiegen Jerry und Dean zu Stars auf. Doch dieser Ruhm stieg ihnen zu Kopf, da jeder glaubte, dass er der Grund für den Erfolg von Martin und Louis sei. Ihre Trennung verlief nicht einvernehmlich und die beiden sprachen zwei Jahrzehnte lang nicht miteinander. Der Legende nach sagte Dean Jerry, dass er nur aus finanziellen Gründen mit ihm zusammengearbeitet habe. Das traf Jerry tief, der seinen Freund und Bühnenpartner bewunderte. Nach der Trennung hatten sowohl Jerry als auch Dean erfolgreiche Karrieren unabhängig voneinander. Jerry spielte in vielen klassischen Filmen mit und führte Regie, darunter der tollpatschige Jüngling und der verrückte Professor. Jerry war ein Perfektionist und strebte immer danach, seine komödiantischen Darbietungen auf die nächste Stufe zu heben. Manchmal war dieses Streben nach Perfektion vorteilhaft, manchmal hatte es jedoch auch negative Auswirkungen auf sein persönliches Leben. Dem Komiker zufolge konnte er seine Socken mehr als einmal tragen und musste sein Geld in aufeinanderfolgender Reihenfolge nach Seriennummer geordnet und gefaltet in der Tasche aufbewahren. Jerrys Drang, das Publikum zu beeindrucken, führte zu einem Unfall im Jahr 1965, bei dem er süchtig nach Schmerzmitteln wurde. Während einer Bühnenaufführung versuchte Jerry, einen doppelten Handstand von einem Klavier auszumachen. Schockierenderweise landete der Komiker vor dem Publikum auf dem Rücken und wurde schwer verletzt. Die Verletzung verendete Jerrys Leben für immer und sein Rücken sollte sich nie vollständig erholen. Der Arzt verschrieb Jerry das Schmerzmittel Perkodan, um die Schmerzen seiner Verletzung zu lindern und damit begann ein 13-jähriger Kampf mit der Sucht für den verletzten Schauspieler. Während der Zeit, als Jerry von Perkodan abhängig war, verschlimmerten sich seine latenten psychischen Probleme. Jerry war zu dieser Zeit mit seiner ersten Frau verheiratet und war süchtig nach Perkodan. Sie hatten noch mehrere Kinder. 1973 behauptete Jerry, unter dem Einfluss von Perkodan eine Waffe in den Mund gesteckt zu haben, bevor er sich entschied, den Abzug nicht zu betätigen, nachdem er seine Kinder im Flur spielen hörte. Jerrys Abhängigkeit von Perkodan führte auch zu einer weiteren lebensbedrohlichen Situation. Man stellte fest, dass Jerry in einem Magen geschwürlitt, das ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Im Laufe seines Lebens blagten Jerry zahlreiche psychische Probleme, aber der Komiker hatte immer Angst, ihnen auf den Grund zu gehen. Einer der Gründe, warum Jerry es immer ablehnte, seine persönlichen Dämonen zu bekämpfen, war die Sorge, dass es ihn daran hindern könnte, genauso lustig zu sein. Auch wenn seine Neurosen und Obsessionen seinem persönlichen Leben schadeten, waren sie während seiner Auftritte nützlich. Wie Jerry sagte, war all der Schmerz, den er in seinem Leben erlebte, es wert, wenn er auf der Bühne verschwand. Nur leider waren Jerrys Dämonen nicht immer lustig. Dies zeigte sich in den gescheiterten Beziehungen zu seiner ersten Ehefrau und seinen Kindern, so wie in dem berüchtigten Film The Day the Clown Cried vom Jahre 1972. Regie, Drehbuch und Hauptrolle spielte Jerry selbst in diesem Film, der die Geschichte eines Zirkusclowns erzählt, der Kinder in ein Konzentrationslager führen soll, um sie dort sterben zu lassen. Verständlicherweise zog die Prämisse des Films eine große Kontroverse nach sich und der Film wurde nie veröffentlicht. Vor seinem Tod übergab Jerry die einzige existierende Kopie des Films der US Library of Congress. Es gibt anscheinend Pläne, den Film irgendwann nach 2024 öffentlich zugänglich zu machen. Neben zahlreichen psychischen Problemen litt Jerry auch im Laufe seines Lebens unter vielen körperlichen Gesundheitsproblemen. Viele davon resultierten aus seiner Verletzung bei dem doppelten Rückwärtssalto im Jahr 1965, während andere separate Probleme waren. Jerry litt an Typ 1 Diabetes und erlitt während seines Lebens mehrere Herzinfarkte. Sein erster Herzinfarkt ereignete sich während der Dreharbeiten zu Cinderfeller in den 60er Jahren. In den 90er Jahren begann Jerry eine Bradnesson-Behandlung zur Unterstützung seiner Lungenfibrose. Die Behandlung führte dazu, dass Jerry erheblich an Gewicht zunahm und sein Aussehen drastisch verändert wurde. Jerry starb am 20. August 2017. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Komiker 91 Jahre alt. Die offizielle Todesursache von Jerry wurde als eine Mischung aus entständiger Herzkrankheit und peripherer arterieller Verschlusskrankheit angegeben. Jerry hinterließ sein Vermögen seiner zweiten Ehefrau und seiner anoptierten Tochter und kümmerte sich besonders darum, seine erste Ehefrau, die gemeinsamen Söhne und deren Verwandte auszuschließen. Jerry Lewis würde wahrscheinlich lieber für seine komödiantische Arbeit als für seine persönlichen Fehler in Erinnerung bleiben. Kommentieren Sie jetzt unten, um Ihren Lieblingsfilm von Jerry Lewis zu nennen oder ob Sie gespannt sind auf die eventuelle Veröffentlichung seines kontroversen, verschollenen Films The Day The Clown Cried. Wie immer, geben Sie diesem Video ein Like, um Ihre Unterstützung zu zeigen und abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion, um zu den ersten zu gehören, die erfahren, wenn weitere Videos auf dem Weg sind. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.